Der Chef der Freiheitlichen Jugend und Wiener Klubchef Maximilian Kraus fordert gegenüber der APA einen eigenen FPÖ-Kandidaten für die Bundespräsidentschaftswahl. Die Anbiederung zahlreicher ÖVP-Politiker an Amtsinhaber Alexander Van der Bellen findet Kraus nämlich mehr als peinlich. Mit dem dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer stünde ein prädestinierter FPÖ-Kandidat zur Verfügung. Zuletzt hat sich die Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes, Ygritte Korosek, gegen einen ÖVP-Kandidaten ausgesprochen, sollte sich der amtierende Bundespräsidenten schließen, bei der Wahl im Herbst noch einmal anzutreten. Kraus wertet derartige ÖVP-Stimmen am Donnerstag in einer schriftlichen Stellungnahme als Selbstaufgabe der ÖVP als bürgerliche Partei. Van der Bellen hat in seiner Amtszeit parteiisch agiert, freiheitliche Grundlos von Funktionen ausgeschlossen, seiner Partei die Mauer gemacht und bei eklatanten Grundrechtsverletzungen weggeschaut, meint Kraus. Sollte sich Hofer jedoch gegen eine Kandidatur entscheiden, müsse die FPÖ eine andere geeignete, mehrheitsfähige Persönlichkeit ins Rennen schicken. Hofer selbst hat sich zuletzt im Upper-Interview zur Frage einer neuerlichen Kandidatur zurückhaltend gegeben und erklärt, dies erst sehr spät entscheiden zu wollen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.